Dieses Gebäude entspricht nicht den Vorstellungen, die wir gewöhnlich von einer traditionellen Kirche haben. Die Erbauer dieser Kirche hatten einen anderen Gedanken, als sie in den 50er Jahren den Wunsch hatten, eine Kirche zu erbauen, aus Dank für glückliche Heimkehr, aus Krieg und Gefangenschaft. Diese Kirche sollte zwar Gott gewidmet sein, der Nähe zu ihm, dem Gebet zu ihm, sie sollte aber auch vom Äußerlichen erscheinen her. Sie erinnern an das, was sie in wichtigen Jahren ihres Lebens mitgemacht haben, an ihre Gefangenschaft und ihre Erlebnisse im Krieg. Und so gaben sie dem Architekten den Auftrag, ein Gebäude zu errichten, das von außen her schon an die Lebensumstände erinnert, die sie damals eingetroffen haben. Sogleich die Kirche einer großen Baracke oder auch einer Fabrikhalle, die das Leben dieser Männer und Frauen in Gefangenschaft geprägt haben. Die Kirche wurde dann schließlich eingeweiht am 12. Dezember 1959 durch den damaligen Bischof von Essen, Vans Hengsbach.